Hallo, haudikum, herzlich willkommen zum neuen Fortnite Shop. Heute am Mittwoch, dem 21. jetzt immer. Und wir gucken uns erstmal das Geschenkchen an. Haben wir da noch eins? Ja, da unten ist noch eins und da ist noch eins. Nehmen wir mal das da. Da haben wir die Knackerkeule. Und dann ab in den Shop hinein. Okay, und ab nach oben. Und da haben wir Rick Grimes zurück, hier von Überlebenden Gemeinschaft. Von, wie heißt es denn? Walking Dead, so heißt es. Mit verschiedenen Stilen. Backbling. Die Streuner Keule. Und ein Gleiter. Alles zurück nach 431 Tagen. Dann haben wir natürlich auch Michonne und, na, Michonne. Mit der Katana als Backblink. Und natürlich auch die Axt. Dann haben wir natürlich Daryl. Backblink. Und das Messer. Auch nach 431 Tagen zurück. Und in der nächsten Zeile. Wo gehst du hin? Bloß weg von hier. Neues Emote. Okay. Cartoon Muskelkater ist auch zurück. Nach 31 Tagen. Backblink. Backblink. Dann nochmal alles einzeln. Und in der nächsten Zeile haben wir den Moorhasel zurück. Nach 30 Tagen. Dynamo. Das Lucha Bundle. Nach 40 Tagen. Musketier. Maskierter Zorn. Der Pillar Driver. Und der Gleiter Lieber. Die sagt alles nach 40 Tagen zurück. Und bei den täglichen haben wir die Wüstendominiererin. Nach 42 Tagen zurück. Die Aerobic Assassinen. Nach 268 Tagen. Wie mit dem Backblink. Dann haben wir Vergissmeinich. Nach 35 Tagen zurück. Der Spitzhanker. Nach 61 Tagen. Luftblasende Lackierung nach 116. Auf die Plätze ist nach 230 Tagen zurück. Hier ist natürlich das noch. Akademia. Mr. Beast. Und die ganzen Ikonen noch dabei. Weihnachtskind. Ja, das war das schon mit dem Shop für heute. Machen wir uns das nächste Mal. Ciao. Eure Sam. Untertitelung des ZDF für funk, 2017